Blatt ändern. Es wird ein eckiger Penis. Wie mache ich das so? Ah, vier, acht, zwei. Möchte nur keiner. Vier haben wir. Nachdem ich Pipi war. Bis gleich. Okay, weiter geht's. Jetzt soll ich die Laterne mitnehmen? Warum ist denn da so viel Blut? Ach, scheiß Spiel. Natürlich nicht. Warum? Oh, Beauty. Willst du mich verarschen? Alter, dass sie mich gerade noch nicht gesehen hat, so lange, wie ich gebraucht habe. Du willst mich verarschen. Du siehst mich hier nicht. Alter, dein scheiß Ernst. Steht da irgendwas Wichtiges? Übersetzung, 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 Übersetzung. Nein. Alter, was? Ach, hör doch auf. Sieht ihr mich hinter diesen Dingens? Was ist deine Route? Nein. 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 Are you fucking serious? Okay. Hör doch auf, ey. Ach, das ist doch jetzt Oberscheiße, ey. Mein Gott, die Alte. Kann ich die nicht auch irgendwie füttern und dann geht die weg? Ich würde mich gerne noch kleiner machen. Okay. Hier läuft nichts im Hintergrund. Ich würde mich gerne noch machen. Ach, ne. Ja, hat aber jemand Hunger gehabt. Die kommt jetzt nicht hier den Gang lang plötzlich, oder? Du bleibst schön da vorne, Mäuschen. Dein scheiß Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Alter, was? Ich weiß doch nicht mal, was zu tun ist. Ich weiß nicht, warum das am Happening ist, ey. Ich will dich aber nicht sehen. Geh mal wieder. Okay, hier ist es. Ich will mich verarschen. Mach's auf, da ist Blut drin. Oh, hierher. Oh, hey. Warum kann sie denn da nicht einfach durch? Wo sind wir denn jetzt? Auf jeden Fall irgendwo, wo sie auch wieder hinkommt, oder? Oder wir sind im... Nee. Warum? Du hässlicher... Mann... Oh, sie ist da durch. Wo genau sind wir denn? Ich brauchte doch einen Schlüssel, oder nicht? Oh, jetzt ist es offen. Brief von Cherry? Brief von Cherry. Brief von Cherry. Und wo ist Biac jetzt? Und wo bin ich hier gerade? Und warum ist es da wieder offen? Und überhaupt? Boah, die Alte geht voll auf den Zwirn, ey. Hey Tati! Das ist wegen Geilheit, schwarze Magie. Ja. Oh, das wollte ich nicht runterschmeißen. Wo genau bist du denn jetzt, Mäuschen? Kannst du mir sagen? Und kommst du zurück und so? Man kann sich auch gar nicht vernünftig umgucken, wenn die Olle da die ganze Zeit rumtingelt. Toll, kann man sich super verschrecken, äh, verschrecken, ne? Verstecken. Heißt das, du kommst hier nicht rein? Nicht wieder, nicht mehr. Hungergeist war das, genau. Pita, Pinata, Pin, Putti. Da bist du. Okay. Die Menstruationsalte. Das wäre jetzt nicht so geil, wenn du hier reinkommst. Was ist dein Plan? Och, und hier ist so gut wie kein Schrank, in dem man sich verstecken könnte. Ne, ist doch gut, Tati. Ist doch schön. Okay, sie scheint hier nicht reinzukommen. Hmm. 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 Da ist so ein Schrank. Da ist eine Menge Blut. Ich bin gar nicht da. Wo soll ich denn hin? Hallo? Gib Gummi, du Flummi! Und hier ist nichts zum Verstecken. Okay, ich bin dann mal tot. Nein! 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 Oh Mann! Oh Mann! Weil du so schön gemütlich bist. Bequem und gemütlich. Wetten? Das ist ja ätzend hier! Das ist ja richtig ätzend! Ah, okay. Jetzt ist das Ding aufgegangen. Das war das. Aber da ist jetzt nichts mehr. Und was hat das hier mit einem... Ich brauchte doch einen Schlüssel eigentlich. Jetzt blicke ich nicht. Aber gut, wir hatten auch so schon andere Türen, wo wir einen Schlüssel brauchten, aber keinen gefunden haben und dann trotzdem irgendwo weiter kamen. Also vielleicht ist das nur random oder man will nur triggern. Jetzt kommt sie da raus. Genau. Und dann geht sie gleich da durch. Richtig. 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 Das heißt... Hatte ich die Tür jetzt hier rechts probiert und die ging nicht auf oder sowas? Oder ging die auf? Nee, geh weg. Das war das Problem. Oh, cool! Oh, cool! Herr, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ah, fick dich doch! Ah, fick dich doch! Jetzt dreht sie sich wieder um. Okay. Bitte nicht hier gucken, Mäuschen. Ja? Bitte. Bitte. Bitte nicht. Bitte. Für du今日は. Tambetalchen. St Pre�로. Ja. Denn. Bissler. Ich werde mit dem Phide. Alright. Erend. War da noch eine Tür? Nach links oder rechts? Ach man. Ich frage mich auch, warum das passiert. Geht nämlich ganz schön auf den Sack. Ich bin hier nicht safe. Kannste vergessen. Hey, ach da. Da, 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 da. Wo muss ich denn hin? Jetzt schau mal hier. Oh, da ist ein Zettel. Den hole ich mir dann, wenn ich zurück darf. Nee, darf ich nicht. Darf ich kurz den Zettel lesen? Darf ich nicht. Ich bin dann wieder tot. Ach, warum kann man sich denn nicht regelmäßig zur Wehr setzen? Das ist scheiße. Ich muss da raus. Und sie latscht aber da lang. Das heißt, als ich gerade aus dem Schrank bin, hätte ich einmal gerade rüber gemusst. Oder so.